Hey Leute, Let's Talk About Horror hat jetzt auch einen WhatsApp-Channel, der euch über kommende Aufnahmen, Veröffentlichungen und weitere Infos auf dem Laufenden hält und ist vielleicht interessant für alle, die kein Social Media nutzen, aber dennoch up-to-date sein möchten. Der Link dazu ist in der Podcast-Beschreibung und im Linktree zu finden und ich freue mich über jeden, der mal vorbeikommt. Schön, dass du wieder da bist. Und willkommen bei Let's Talk About Horror. Die neuen Spezialfolgen jetzt zusätzlich jeden Dienstag. Der Podcast für und von Horrorfans. Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Diesmal geht es um die Top 3 der Horrorreihen, die wir nicht leiden können, beziehungsweise mit denen wir nichts anfangen können. Und ich habe heute das zweite Mal wieder das Vergnügen, mit Patrick zu sprechen. Hallo Patrick. Hi. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, hat lange genug gedauert. Es hat sich ein bisschen gezogen, das stimmt, ja. Und einen Termin erstmal finden müssen. Das ist richtig, ganz genau. Das kam noch dazu. Also es war nicht nur der Vorrang, sondern auch die Terminfindung der Arbeiten bei dem Verkauf. Das kam erschwerend dazu. Das ist richtig. Würde mich ja mal interessieren, ob die Leute dich jetzt so hören und fragen, aha, wo hat der noch mitgemacht? Er kommt mir bekannt vor. Das kann gut, weißt du, das frage ich mich manchmal so, ob Leute sich da so überlegen, in welcher Folge diese Person vorher mitgemacht hat. Deswegen wollen wir dieser Person natürlich mal auf die Sprünge helfen. Wir haben über Friedhof der Kuscheltiere gesprochen. Ziemlich abgenerdet. Ja, genau. Ja, wir haben ja wahrscheinlich sehr viel auch gelästert, kann man wohl sagen. Hat man ja so einige Kommentare bekommen, dass wir den Film auch ziemlich oder einige Szenen ziemlich fertig gemacht haben. Trotzdem, für einen King-Film haben wir da auch ein paar gute Facetten abgewonnen. Also deswegen habe ich auch immer ein bisschen was dazu genördert. Das und das erklärt, die Verbindung hergestellt. Wir haben es ja nicht komplett schlecht geredet. Der Film ist nur technisch nicht ganz so gut gealtert. Das ist wahr, ja. Die deutsche Synchro bietet ja nochmal eine zusätzliche Angriffsfläche. Ja, allerdings, schön gesagt, ja. Ich musste übrigens neulich an dich denken. Ich war unterwegs neulich und da habe ich mit jemandem gesprochen über King. Da ist so das Gespräch auf King gefallen. Und dann hat sie zu mir gesagt, kennst du das Buch in einer kleinen Stadt? Needful Things. Und da habe ich gesagt gehabt, naja, ich habe den Film mal vor Ewigkeiten geguckt, aber das Buch kenne ich nicht. Da meinte sie, dass das wirklich eines der besten Bücher ist von King, das sie ever, ever gelesen hat. Das ist so genial gewesen, bis es zum Ende ging. Dann war es scheiße. Und da musste ich direkt an deine Worte denken, denn du hast zu mir gesagt, King verkackt seine Enten. Weißt du das noch? Ja. Da musste ich direkt an dich denken. Und das habe ich ihr auch gesagt. Ich habe gemeint, hier, pass mal auf, genau das hat ein Podcast-Kollege neulich zu mir gesagt, als ich mir die mal aufgenommen habe. Genau, dass er die Enten verkackt. Vor allem Stephen King macht sich da mittlerweile selber drüber lustig. Hast du S-Capital-2 gesehen? Natürlich. Gesehen ja, natürlich. Ja, und Stephen King redet dann mit diesen Autoren und er will sich was nicht unterschreiben lassen, weil er immer so beschissene Enten schreibt. Ja, ja, das stimmt. Das sagt er, ne? Ja, richtig. Da macht er sich, ja, hast du recht. Da bin ich gar nicht drüber gefallen. Jetzt, wo du es sagst. Ist ja verrückt. Dann hat er es ja schon oft genug gesagt bekommen dann auch. Oh ja. Die Enten, die er oft nicht verkackt hat, die hat sein Sohn geschrieben. Tatsache. Die Familienwirtschaft läuft. Okay, interessant. Also Joe Hill hat letztes Jahr auch den Film The Black Phone gehabt. Also sein Sohn oder die Serie Lock and Key oder mit Daniel Radcliffe diesen Teufelsfilm Horns. Ja. Also auch der ist eine bekannte Horrorlegende. Okay. Ja, interessant. Mensch, was du alles weißt. Tja. Okay. Also wir machen heute keine Filmbesprechung, sondern ein Special. Denn wir reden über die Top 3 der Horrorreihen, mit denen wir absolut nichts anfangen können. Beziehungsweise nie was anfangen konnten, die uns nicht interessieren, die wir einfach vielleicht scheiße finden oder halt irgendwie was auch immer. Da werden wir ja gleich zu kommen. Oder irgendwas fehlt. Vielleicht ist es auch gefühlt substanzlos. Ja, genau. Es gibt ja auch so Filme und Serien und so, weißt du, die ja Jahrzehnte alt sind und wo man immer gesagt bekommt, guck dir den mal an, schau da mal rein und man will es einfach nicht, weil man einfach keinen Bock drauf hat. Das ist vielleicht ein Fehler und auch nicht richtig, aber das kommt vor. Ist dir das auch schon so gegangen, dass die Leute sagten, guckt mal diesen Film, den musst du unbedingt schauen. Und man dachte nur so, ja, weißt du, so winkst du ab, ja, ja, mach ich mal. Und letztendlich hast du es dann vergessen, drei Sekunden später. Kam dir das so vor? Es ist nicht unbedingt das, sondern bei gewissen Hypes, wenn es zu hoch geht, entwickelst du so eine Abwehrhaltung und denkst, jetzt erst recht nicht. Ja, genau. Hätte ich Game of Thrones mit den Hype geschaut, wäre ich wahrscheinlich genervt geworden, aber ich habe es ein paar Wochen davor gesehen, ähnlich wie bei Breaking Bad, wo dir gefühlt jeder Zweite dann gesagt hat, du musst das schauen, du musst das schauen. Ja, stimmt, ja. Und eigentlich bist du dann in diese Rebellenposition getreten und hast dann gesagt, er hätte es recht nicht. Ja, du hast da gar nicht so Unrecht. Also meine Brüder haben damals Breaking Bad geguckt und ich weiß noch, dass wir gemeinsam am Tisch saßen mit der Familie, irgendein, weiß ja, irgendein Anlass und dann haben meine Brüder dann diskutiert. Ja, warum macht er denn aber dies und warum hat er denn das? Ja, aber er hat doch das da gemacht und was sie da so diskutierten. Und dann meinte ich dann auch, Leute, wovon quatscht ihr denn hier? Ja, die guckten halt beide gleichzeitig Breaking Bad. Und ich habe dann halt irgendwann Monate später dann auch angefangen und war dann aber auch gehypt, ne? Also da habe ich wirklich dann jeden Tag Folge um Folge um Folge geguckt wie ein Wahnsinniger. Ich habe halt wirklich alle Staffeln dann durchgeguckt, wahrscheinlich in vier Wochen oder so. Habe das aber auch nicht bereut, ne? Also Breaking Bad ist schon top, ne? Mit einer der besten Serien, deswegen hat ja auch Anthony Hopkins einen Dankesbrief geschrieben, weil ihn das dazu bewegt hat, bei Westworld mitzuspielen. Ach ja? Ja. Also welcher Film mir immer wieder vorgeschlagen wurde und wo ich immer gesagt habe, ne, interessiert mich nicht. Das ist so das eine Beispiel, das ich jetzt habe, ist Der blutige Pfad Gottes. Wirklich, da habe ich schon immer gesagt bekommen, schau dir den mal an. Auch damals in der Videothek schon immer. Ne, musst du die angucken. Da wurde mir sogar angeboten, also vom Videothekar, wenn der mir nicht gefällt, muss ich ihn nicht bezahlen. Das musst du dir mal vorstellen. Das hat er zu mir gesagt. Aber ich kam halt damals nicht dazu, ihn auch zu gucken und zu leihen. Ja, aber was würdest du sagen, wieso hast du gelacht jetzt? Ne, weil der blutige Pfad Gottes, das ist so einer der Filme, die mag ich sehr, bis auf diesen Katzenkill, ist es eben so. Ich wurde nach einem Iren benannt, deswegen wurde mir die irische Kultur auch so ein bisschen näher gebracht. Und der Film inhaliert die irische Kultur. Also es ist nicht nur Gemetzel, sondern der fängt auch diesen Kulturkreis ein. Okay. Okay, also ich mag halt diesen Titel nicht. Ja, der Titel ist halt ein bisschen plakativ, aber er hat einen genial Overact, einen Willem Defoe als Cop. Ja. Schon allein in dem lohnt sich das. Ja, vielleicht sollte ich ihn mir mal anschauen. Okay, gut. Also, wir haben uns entschieden, heute die drei Horrorreihen zu besprechen, ich hab's gerade schon gesagt, mit denen wir nichts anfangen können. Dann kannst du ja mir mal sagen, von den Horrorreihen, mit denen du nichts anfangen kannst, was hast du denn da jetzt auf deinen dritten Platz? Ja, wo wir davon geredet haben, find ich scheiße. Ich fang mal an mit der Human Centipede-Reihe. Die ist wirklich gut und solide gemacht, also die Gore-Effekte sind gut. Dieter Lasa spielt das super, also Torben regt dich ab. Ich weiß, du hast neben dem gewohnt. Ja. Und auch Martin, also Lawrence I. Harvey, der eigentlich Comedian ist, der spielt das super, aber irgendwie ist es für mich so ein Kackerwitz, der auf eine Stunde ausgewalzt wurde. Ja. Der einfach nur wie so ein fieberhafter Albtraum ist. Also, mir war der wirklich eine Spur zu hart, also diese Reihe. Ja. Und du hast ja gesagt, bei dir hat sich das Schaum von Teil 2 über drei Wochen gezogen. Ja, damals wirklich, immer wieder. Ich muss den immer wieder ausmachen. Vor allem, der blendet ja nirgendwo ab, der zeigt all diese Grausamkeiten, die Teil 1 angedeutet hat. Man muss ihm aber lassen, also dem Regisseur, Tom Six, dass er es wirklich geschafft hat, mit dem zweiten Teil einen Film zu machen, der sich nicht wie ein Film anfühlt und der halt so unfassbar dreckig und ekelhaft wirkt, aufgrund des ekelhaften Hauptdarstellers, diese ekligen Nahaufnahmen und dann das, aufgrund des Schwarz-Weiß-Bildes auch und dann, dass er den Film in die Realität setzt, dass ja der, unser Hauptdarsteller den ersten Teil ja schaut, ja, und diese Idee so toll findet und sich daran aufgeheilt. Und das ist einfach wirklich sehr gut gemacht und durchdacht worden. Der hat, man meint, man guckt keinen Film deswegen. Kranker Scheiß, gut gemacht, aber wirklich schwer zu ertragen, ne? Er hat so leichte Eraser-Head-Vibes, beziehungsweise hat was von Lynch-artigem Albtraum, aus dem du nicht mehr rauskommst. Der hat ja noch nicht mal sowas wie ein Happy End, also der Bösewicht wird noch nicht mal großartig bestraft. Und der zeigt wunderbar diese Gewaltspirale. Ja. Und was das in diesen Typen auslöst, der dann noch zufällig den falschen Film schaut. Tom Six hatte ja noch einen weiteren Film, der wurde dann nie realisiert, beziehungsweise er ist abgedreht seit 2019. Aha, okay. Er kommt aber nicht ins Kino, weil die Finanzgeber sagen, nee, nee, das können wir nicht bringen. Der heißt The Onania Club. Ach ja. Vielleicht geht es wirklich um eine Gruppe Frauen, die sich im World Trade Center während dem Angriff quasi anrunterholen, beziehungsweise anfangen zu masturbieren und zu vögeln. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Wie kommt man auf so eine Idee? Ich weiß es nicht. Also das ist super, das spielt gerade sprachlos. Google-Skulik. Ja, das werde ich tun, das werde ich tun, ja. Es gibt doch diese eine Frau, die doch hochschwanger ist in dem zweiten Teil. Und die setzt sich doch ans Auto und dann bekommt sie doch aber Wehen. Und dann wird doch dann praktisch, ihr Kind kommt doch dann, weil sie auch sowieso nackt ist, unten doch dann raus und landet dann doch. Sie ist tot. Ja, ja, genau. Weil sie ja fliehen muss und deswegen muss sie ja dann treten aufs Gas und dann ist das Kind aber unterm Gaspedal. Und dann hat sie keine andere Wahl, weil er ja kommt, Gas zu geben oder praktisch nicht Gas zu geben. Und ich meine, den Rest muss man sich vorstellen jetzt als Zuhörer. Das ist einfach unfassbar. Und ich habe das damals gesehen und dachte mir ehrlich, also so einen Regisseur, den müsste man eigentlich aufs Maul hauen für sowas. Ja, also wirklich krank. Ja, deswegen habe ich diese Reihe genommen, weil das stellvertretend, irgendwie kannst du denn wortwitzmäßig sagen, hä, das war scheiße. Oder eben auch sagen, ja, okay, der Horrorfilm hat bei mir so diese Grenzen des Erträglichen dann wirklich gesprengt. Ja. Es war quasi sowas wie so mein Endgegner. Dein Endgegner, ja. So wie die Endgegner bei uns abends im Laden, ne? Genau. Ja. Ich meine, wir sind beide schon hartgesotten, aber der hat mich dann irgendwie mental ausgenockt, wo ich dachte, nee, nee. Okay. Den Film, den verdaut man dann auch über Wochen dann noch. Ja, das stimmt, genau. Deswegen habe ich ja immer wieder gebraucht, auszumachen. Ich musste ja immer wieder Pause machen. Ja. Für mehrere Tage. Und das brennt sich ja auch ein, also einmal schauen reicht, ne? Ja, das stimmt, denn den vergisst man nie wieder, ne? Und dieser Film hat ja auch so einen dermaßen großen Kultstatus, beziehungsweise diese Reihe. Das hat sie ja schon, ja. Alleine durch Krankheit, durch bescheuerte Ideen. Es ist interessant, wie absolute kranke Ideen Kultstatus erreichen können, ne? Mhm. Aber gut, okay. Aber interessanter Punkt. Okay. Dann komme ich zu meinem dritten Punkt, okay? Jo. Also, womit ich tatsächlich nie was anfangen konnte. Ich war nie ein großer Fan. Man kann es mal gucken, aber es ist etwas, wo ich immer sage, nee, ist jetzt nicht ganz so toll, aber es ist ja auch auf meinem dritten Platz. Also, ich kann es schon mal schauen. Und das ist tatsächlich die Chucky, die Mörderpuppe-Reihe. Das ist in der Reihe, wo ich echt sage, nee, die brauche ich nicht. Also, gerade der erste Teil, der ist ja so beschissen gealtert, ne? Also, der ist ja so kacke gealtert. Also, ich überlege mal, damals hat man als Kind sich in die Hosen gemacht und die Eltern haben Kindern die Augen zugehalten und dann war da die fette 18 drauf damals. Also, das kann man doch nicht nachvollziehen, oder? Ich mag die Reihe nur ab dem Punkt, wo sie sich nicht mehr ernst genommen hat. Also, ab Chucky und seine Braut. Ja, richtig. Da wurde es Komödie, ne? Genau. Wo es dann eher so Splatter-Komödie wurde. Richtig. Da hatte ich auch mehr meinen Spaß damit. Und auch diese aktuell laufende Chucky-Serie, die beruft sich ja auch auf die alte Serie, also auf die alte Filmserie. Also, die bindet alle Teile mit ein. Außer jetzt das Reboot, wo Mark Hamill Chucky gesprochen hat. Ja. Also, auch ein erwachsender Andy kommt vor und legt sich mit Chucky wieder an. Ach ja. Also, der das Kind im ersten Teil spielt, ja? Ja, genau. Okay. Und die Reihe hat so nette Coming-of-Age-Momente. Also, er wird von einem homosexuellen Jungen gefunden. Und Chucky hilft diesen Jungen, sich zu outen. Macht so ein paar seiner Mobber fertig und so. Also, er spielt fast schon was wie so einen fürsorglichen Vater. Es war so ein Kniff, den ich mochte. Und dann spielt diese Chucky-Serie, zumindest die erste Staffel, noch an Halloween. Ich gebe dir recht, die ersten Teile sind nicht gut gealtert. Ja. Aber irgendwie haben die noch so einen Trashing-Charme. Die machen Spaß. Und spätestens, wenn Chucky so zu einer Comic-artigen Ikone geworden ist, hat das so seinen Spaßfaktor. Da ist er bei mir auf einer Linie mit Freddy zum Beispiel, der auch so ein sprücheklopfender Sarkast ist. Ja, ja. Ich erinnere mich daran, dass ich den ersten Teil mal geschaut habe vor einigen Monaten. Das ist schon ein bisschen länger her. Da war er, glaube ich, mal bei Prime oder so. Und wenn man mal bedenkt, wie Quatsch das ist, dass diese Puppe sich in dieser Wohnung rummisst. Ich glaube, da ist eine Babysitterin da. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Die fliegt doch dann durchs Fenster. Und man sieht doch dann nur, wie die Puppe praktisch in Nahaufnahme plötzlich erscheint. Sie erschreckt sich, fällt zurück durch den ganzen Raum und fliegt durchs Fenster. Da fragt man sich, wie hat die Puppe das denn geschafft? Die ist ja nur 60 Zentimeter groß, wenn überhaupt. Wie hat sie denn diese Frau 10 Meter durch die Wohnung gejagt oder geschubst? Da sind wir schon wieder bei unserem Thema Kindermörder oder kindergroße Mörder. Wie schaffen die das? Das ist ja eine Puppe, die wiegt weniger als 10 Kilo. Ja, also das ist schon Quatsch. Also ich hatte damals, weil du gerade Chuck and his name angesprochen hast, ich habe den damals im Kino geschaut mit meinen damaligen besten Freunden. Weißt du das noch so genau, weil ich meinen Ausweis vergessen hatte und eventuell dann nicht rein durfte. Und das hat mich sehr geärgert, weil ich tatsächlich volljährig war. Die Freundin, die mit war, war noch nicht 18. Aber die sah halt älter aus. Und ich weiß halt auch, dass John Ritter mitspielt. Ich weiß nicht, ob er dir ein Begriff ist. Ja, klar. Habe ich mich natürlich gefreut, weil ich Herzbube mit zwei Damen natürlich immer aufgewachsen bin damals. Und großer Fan von J.D.'s Vater war Scrubs. Ja, das habe ich gehört, richtig. Aber Scrubs habe ich nie gesehen. Ach so. Ja, aber das habe ich mal gehört, dass er dabei ist. Das stimmt. Also der hat Spaß gemacht. Man hat im Kino wirklich viel gelacht, aber man hat echt gemerkt, das ist keine Reihe mehr, vor der du Angst haben musst. Das ist eine Reihe, die einfach nur unterhalten und Spaß machen soll. Aber das war für mich genau der Schritt in die richtige Richtung. Also die haben wirklich ihre Trashing-Wurzel nicht mehr verleugnet, sondern haben die komplett genutzt. Die haben daraus irgendwie schon fast so was wie so eine kaputte Beziehungskomödie gemacht. Ja, aber vielleicht hast du in der Hinsicht recht. Also für mich ist Chucky besser geworden, weil es weggegangen ist von seinen Horror-Wurzeln und mehr so eine Art kaputte Beziehungskomödie geworden ist. Vielleicht ist es wirklich beschissener Horror, aber lustiger Fansblätter. Ja, die ersten drei Teile, glaube ich, wollten ja wohl so richtig, richtig gruselig ernst sein. Und dann ging es dann aber dann... Ich glaube, Chucky und seine Braut ist ja der vierte Teil. Kann das sein? Genau. Ja, und da haben sie dann gesagt, jetzt bleiben wir nicht mehr ernst, jetzt machen wir vielleicht eher ein bisschen Jux, ne? Und das haben die ja auch geschafft. Also wir hatten im Kino schon Spaß. Hast du so auf dem Schirm, wie viele Chucky-Teile es gibt mittlerweile? Sieben oder acht Stück gibt's mit dem Remake und eine Serie mit zwei Staffeln mittlerweile. Die nochmal mindestens genau so lang geht wie die Reihe. Ja. Na gut, okay. Das ist auf jeden Fall mein Platz drei. Dann, wenn du magst, nimm mir doch mal deinen zweiten Platz. Also ich hab mir von Ila Roth die Cabin-Fever-Reihe genommen. Ah, ja. Ich konnte mit dem ersten schon nicht viel anfangen. Ich hab den Hype nicht verstanden. Und dann wurde es konsequent von Teil zu Teil auch noch schlechter. Der erste, der hatte zumindest noch so ein bisschen was Hekliges, so eine absurd-dumme Comedy. Ja. Das wurde von Teil zu Teil wirklich immer aufgesetzter, immer gequälter. Schon allein, wenn dieser eine Redneck da dem anderen in die Hand beißt und sagt, von Kuchen. Oh Gott. Ja, da denkst du, okay, was sollte das jetzt? Also du hast dieses typische Cabin in the Woods, nur eben mit Ekeln, mit Leuten, die sich die Haut in der Dusche abrasieren und so. Ja, also die sollen dann nur ekelhaft sein dann, ne? Ja, vielleicht komm ich auch mit der Machart von Gila Roth, find ich klar, weil es gibt wenige Filme von ihm, die mir wirklich zusagen, weil er immer irgendwie ekeln will oder provozieren. Genau, genau. Sind dann alle Cabin-Fever-Teile von ihm oder hat er nur den ersten? Nein, die sind nicht alle von ihm, aber es ist eben eine Reihe. Da gibt's jetzt mittlerweile schon ein paar. Gibt's einige, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viele. Ich weiß, dass ich den ersten Teil mal gesehen hab vor wirklich etlichen, etlichen, etlichen Jahren. Habt ihr ihn dann mal mitgeschaut? Und weil natürlich der ja auch so in aller Munde war, ne? So ein kranker, krasser Film und so. Und ich weiß ja, dass Eli Roth selber mitspielt, ne? Er spielt doch eine Nebenrolle. Er ist doch da irgendwie der Typ, der Kiffer, der vorbeikommt, oder? Ich bin mir nicht sicher. Dafür hat mich der Film nicht genug gerührt, dass ich den nochmal schauen wollte. Aber ich glaube, ja, das ist so dieses typische, die Regisseure schreiben sich ihre Nebenrolle rein und er ist egozentrisch genug. Ja, ja, er wollte, er hat sich da reingeschrieben und ist dann natürlich der Kiffer, der dann irgendwie kommt und dann sagt, hier, ich hab auch was mit zum Rauchen, groovy oder cool und so. Ich weiß nicht, er ist nicht lange zu sehen, aber wahrscheinlich ist er auch gekillt dann im Film und deswegen ist er wieder verschwunden. Aber ich hab mit der Reihe, wie du sagst, auch tatsächlich nichts angefangen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es die schlechteste Reihe ist, weil ich sie nicht kenne, aber sie hat mich tatsächlich auch nie gecatcht. Ja, und wir sind ja da bei Filmen, mit denen wir nichts anfangen können. Ich mochte Eli Roth zum Beispiel in Inglourious Basterds in dieser Nebenrolle als der Bärenjude. Ja. Und du weißt, wer die Rolle ursprünglich spielen sollte? Nee, das kann ich ja nicht sagen. Adam Sandler. Ah ja, okay. Hat er abgelehnt? Nee, der hatte leider keine Zeit, deswegen hat Quentin Tarantino auf seinen alten Kumpel Eli Roth zurückgegriffen. Es wäre mal was lustig Selbstironisches gewesen. Ja. Also ich weiß nicht, ob es ihm gescheitert hätte, vielleicht wäre es auch sowas wie bei Tom Cruise bei Tropic Thunder gewesen. So diese Art Selbstironie. Ja, ja gut, okay, das stimmt, ja. Ich weiß nicht, aber ich meine, er schlägt doch mit dem Baseballschläger doch da die Soldaten dieser Einszene, ne? Das weiß ich noch. Ja. Das ist doch, ich meine, das ist schon hart anzusehen gewesen, ne? Fand ich schon heftig. Es ist eben so eine Rolle, da denkst du, okay, das ist typisch Eli Roth und da mochte ich ihn noch am ehesten, weil er da nicht mit der Regie da was kaputt gemacht hat. Ja, ja gut, da war er ja auch nur Darsteller, ne? Ja, nö, er hat diesen, dieses Filmsegment gedreht, also diesen Film, den Daniel Brühl und Kohl im Kino schauen. Ja. Stolz der Nation. Den hat Eli Roth dann gedreht. Ach ja, lustig, das wusste ich gar nicht. Der Film ist auch ewig lang, ne? Ich mochte den Film nicht so. Ich hab den mal gesehen und ich dachte, Mann, der geht nicht zu Ende und dann hast du dann zusammengenommen 45 Minuten, wo nur Französisch gesprochen wird. Ich fand den Film sehr anstrengend. Ich mochte ihn, aber da hast du wirklich so einen Umbruch bei Tarantino gemerkt, dass er jetzt ein bisschen ernster geworden ist. Ja, das ist wahr. Aber wir reden ja über Cabin-Fever. Das stimmt, genau. Mich hat das wirklich nicht gecatcht, obwohl es alles hat, was man im Horror-Klischee-Bingo quasi abhaken könnte. Aber die Mischung hat bei mir nicht funktioniert, weil ich gemerkt hab, der Typ will mich nur ekeln, der kam kurz nach Hostel. Ja. Oder kurz davor auf jeden Fall. Kurz vorher, ja. Ich hoffe, es war sein erster Film. Das war der Film, mit dem er bekannt wurde, würde ich sagen. Da gibt's vier, fünf Teile und ich versteh's nicht, wieso. Die wurden kontinuierlich schlechter. Ja, also für mich ist Cabin-Fever praktisch so ein Evil Dead nur in schlecht. Ja, also, würde ich mal sagen. Und ohne Dämonen. Ja. Und ohne Bruce Campbell. Stimmt, weil die haben ja ein Virus, ist das ja, ne, in Cabin-Fever. Kein Dämon, ne? Nee, das ist ein Virus, der dir quasi alle möglichen Horrorszenarien durchleiden lässt. Also, du siehst Blut gekotzt, du siehst, wie sich Leute die Haut abrasieren und elendig vor sich hinvegetieren. Ja. Ja gut, das ist jetzt auch halt tatsächlich nicht so für mich. Ich hab den ersten Teil gesehen. Ich weiß, dass sie diese eine kranke Frau doch im, also im ersten Teil doch in der Scheune lagern, in Anführungsstrichen. Ja. Die liegt doch dann dort in der Scheune und dann irgendwie hat sie doch dann die ganze Gesichtshaut weg oder sowas und dann liegen ihre Zähne frei. Das ist so ein Bild, das ich gerade im Kopf habe. Das ist auch das Bild, das auf dem Cover ist. Ja. Wahrscheinlich deswegen, ja. Genau, genau. Das wird sein. Jedenfalls hab ich den ersten wahrscheinlich nicht mal zu Ende geguckt. Ich kann tatsächlich nicht dafür, nicht da viel zu sagen. Wenn du mich jetzt wirklich hier 20 Stunden hättest Horrorreihen nennen lassen, ich hätte dir nicht Cabin Fever genannt. Ich wäre da absolut nicht drauf gekommen. Also, hatte ich nicht auf dem Schirm. Völlig vergessen. Ja, aber das ist ja auch schon wieder so ein Zeichen. Wir gucken viele Horrorfilme und wenn da nichts hängen bleibt, dann spricht das nicht für die Qualität. Richtig. Ganz genau. Ganz genau. Wenn man nicht da, wenn nichts hängen bleibt, ist es schlechte Qualität gewesen. So ist es. Ja, aber interessant, also, dass du Cabin Fever sagst. Mit Sicherheit gibt es ja vielleicht viele, die sagen, oh mein Gott, das ist doch so eine geile Reihe. Aber ich glaube, ich bezweifle es mal. Es hat nicht umsonst vier Sequels bekommen. Irgendeine klare Fangemeinde wird es geben. Ja, das stimmt. Aber du weißt ja auch, wie das ist, weißt du, so ein Film, das ist wahrscheinlich genauso wie auch in Wrong Turn, würde ich sagen. Weißt du, jeder Teil hat immer weniger Budget gehabt und wurde demnach immer billiger und schlechter. Und so wird es bei Kevin Fever bestimmt auch gewesen sein, denke ich. Ja, aber bei Wrong Turn, da weißt du, worauf ich einlässt, das sind metzelnde Hinterwäldler. Wenn du damit Spaß hast, dann kriegst du ein faires Paket. Ja, aber es wird halt aber auch trotzdem immer schlechter. Also jetzt mal abgesehen von dem Neuen, den Foundation, sind die ja wirklich alle richtig grottig. Ich habe es nicht alle gesehen, aber es wurde mir jetzt schon oft genug gesagt und ich glaube, schaue ich leider schon. Ich sage nur, Wrong Turn schaue ich dann eher in der biergeselligen Runde, wo dich nebenbei ein bisschen unterhalten willst. Ja, das stimmt, ja. Als Cabin Fever. Also der hat zumindest so einen gewissen Trash und Kumpelfaktor bei mir. Ja, interessant. Interessanter Punkt. Wäre ich nie drauf gekommen. Dann nenne ich dir mal meinen zweiten, ja. Mein zweiter Platz ist und jetzt werden wahrscheinlich auch viele die Hände über Kopf zusammenschlagen. Es ist tatsächlich so, dass ich kein großer Fan von Jason bin. Du lachst schon wieder. Also die Freitag der 13. Reihe geht überhaupt nicht an mich. Jason ist für mich der absolut letzte, spannende, gruselige Filmfigur. Ja, absolut. nicht. Ich kann mit Jason nichts anfangen. Also ich habe nicht alle Teile gesehen, aber selbst wenn ich sie jetzt hier liegen hätte in einer Box, würde ich wahrscheinlich nie reingucken, weil mich diese Filme echt langweilen. Für mich sind das langweilige Splatter-Teile, die auch keinen Sinn machen. Ein Teil nach dem anderen macht nur Splatter, erzählt dann, ich glaube, Jason ist doch auch mal im All irgendwann und gestorben und zerfetzt wurde er doch auch, aber er kommt doch trotzdem immer wieder. Dann gibt es doch auch einen Teil, wo er gar nicht mitspielt, wo er doch als Dämon von Körper zu Körper geht, ne? Ja, ja. Ja. Das finde ich einfach langweilig und auch völlig, völlig an den Haaren herbeigezogen. Also packt mich gar nicht. Ich habe lustigerweise Spaß mit der Reihe gehabt, es hat nur bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich da mit irgendwie warm wurde. Fast jeder Teil davon ist in Deutschland nur geschnitten zu kriegen. Das ist das Problem. Durch diese ganzen Lizenz-Zankereien hast du eine Zeit lang noch nicht mal die Komplettbox bekommen. Ja. Also das Zusammensuchen damals wird für die Leute der Horror gewesen sein, weil du für jeden Film gefühlt 20, 30 Euro mindestens mal zahlen musstest. Ja. Das ist wahrscheinlich noch günstig, ne? Ja. Mittlerweile laufen sie dann auch noch auf Arte an Cut. Also die Maßen sind jetzt vom Index runter. Ja. Was ich an der Reihe eben mag, das was du kritisierst, sie sind so ultra trashig. Vielleicht vier dieser vielen Filme spielen an einem Freitag der 13. noch nicht mal da, haben die Wert auf Kontinuität gelegt. Ja, okay. Ja, schon gesagt. Scheiß drauf, ne? Heißt, Freitag der 13. Spielt am 8. April. Und die Reihe ist ja im Prinzip als direkte Konkurrenz zu Halloween gestartet. Ja. Tom Savini hat da eine seiner ersten praktischen Erfahrungen mit Blätter-Effekten gemacht. Also ohne Tom Savini hätte diese Reihe vielleicht weniger Schauwerte und hat aus ihm diese Ikone gemacht. Ja, ja. Und auch Jason hat was Ikonisches. Für mich ist das Lustige daran, je beschissener die Teile wurden, desto mehr hatte ich damit Spaß, weil es sich dann auch einfach nicht mehr ernst genommen hat. Schon allein der legendäre Schlafsack-Kill, wie Jason da am Anfang mit einem Kartoffelsack über den Kopf rumgelaufen ist und irgendwann da seine Eishockey-Maske bekommen hat. Schlafsack-Kill, meinst du, dass da lag irgendein Mädchen oder ein Junge drin, wo er ihn dann hochgelassen hat, hat ihn gegen einen Baum oder so, ne? Ja, also das hat er mehrmals gemacht. Dass er entweder einen Schlafsack ins Feuer geworfen hat oder einen Schlafsack mehrmals gegen die Wand gedotzt hat. Dann gab's noch ein Remake, das mit einem von den beiden Brüdern von Supernatural war, wo dann Jason fast schon so was wie so ein kleiner Taktiker war. Hat ihm die ersten drei Teile zusammen gepanscht. Zumindest schaubar. Aber du musst eben wirklich ein Faible für Trash haben und dieser Reihe was abzugewinnen. Schon allein dieses Bond-Intro, wie Jason dann reinkommt und die Axt beziehungsweise seine riesige Machete ins Auge wirft. Es gibt immer wieder so Sequenzen, da lach ich mir den Arsch ab. Schon allein, weil er immer so herrlich betröppelt schaut. Auch durch seine Maske. Ja, die, weißt du, wenn du das jetzt halt mal vergleichst mit Halloween. Ich mein, Halloween ist auch wirklich Murks in gewisser Weise, ne? Also es macht ja auch nicht immer alles Sinn da, ja? Aber die wollen halt wenigstens echt spannend sein und unterhalten. Die wollen Horror sein. Die wollen gruseln. Und das wollte Jason meiner Meinung nach nie. Der erste Teil, okay, ne? Der war noch spannend. Da war Jason selber ja auch noch gar nicht Thema. Aber dann, ähm, viele weitere Teile und ich kenne ja auch lange nicht alle, aber ich habe das jetzt schon oft genug gehört, die sind alle einfach wirklich nur auf Trash aus, ja? Und ich kann mich mit, und der Trash unterhält mich nicht. Ich möchte gerne gut unterhalten werden, spannend und wirklich richtig top Unterhaltung möchte ich haben und mich nicht hinsetzen, weißt du, an einem gemütlichen Abend und dann anderthalb Stunden zusehen, wie überall nur Gliedmaßen abgetrennt werden und Blut spritzt und all so ein Kram. Deswegen kann ich zum Beispiel auch nicht Braindead gucken, weißt du? Weil der Film geht zwar nur knappe 90 Minuten, glaube ich, aber kommt dir vor wie drei Stunden, weil du nur eine Szene nach der anderen siehst, wo das Blut spritzt und die Gedärme fliegen und das macht mich irgendwann echt müde, weißt du? Da kann ich irgendwann nicht mehr. Braindead fand ich aber irgendwie auch super. Also das ist so die Art Fansblätter, die ich mag. Braindead ist auch nicht schlecht, das stimmt. Also er ist ja wirklich kein schlechter Film, aber ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich den sechsten Teil glaube ich gesehen habe, Jason Goes to Hell, weil ich ja schon einige Male erzählt habe, dass da ja am Anfang diese tolle Frau in diesem Wald, in diesem Haus ist und dann von ihm überrascht wird und die stellt sich ja dann als Polizistin raus. Ich glaube, dass das der Teil ist, wo er dann ja auch als Dämon von Person zu Person geht und da gibt es eine Szene, da erinnere ich mich noch, da geht er in so einen Diner und fängt da an zu metzeln und hier zu metzeln, da und so weiter und dann kommt dann so eine Kellnerin, glaube ich, die von hinten ihn so greifen möchte und er schlägt halt nur mit dem Ellenbogen aus und sie dreht sich dann zur Kamera um und du siehst, dass ihr kompletter Kiefer dann eingedrückt ist in ihr Gesicht. Das ist ein Bild, das ich noch habe im Kopf, das ist über 20 Jahre, als ich das gesehen habe, wahrscheinlich. Das zumindest hat mich damals, da ist mir schlecht geworden. Da habe ich einen Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, jetzt gucke ich das nicht weiter. Es reicht mir. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ja, wie gesagt, du kriegst das geboten. Was die Reihe die ganze Zeit verspricht, das ist nicht hochwertig, aber wenn du Trash magst, macht es Spaß. Du kennst noch nicht mal den Teil, der ursprünglich mal ein Stephen King-Crossover hätte sein sollen. Es gab einen Teil, der kämpft dagegen, eine Telepathin, sollte ursprünglich Carrie sein. Ach ja. Aber da hatten sie die Lizenzrechte nicht, deswegen war es dann einfach eine Random-Telepathin. Ich glaube, das war Jason Lebt oder so. Interessant, das habe ich auch noch nie gehört. Carrie wurde oft genug vermurks und verschandelt, da hätte der Teil auch nicht mehr viel ausgeworfen. Ja, okay. Also es gab ja auch Carrie 2, der absolut unter der Gürtellinie war. Den habe ich damals tatsächlich gesehen, ja? Gerade Stephen King sollte da die Füße oder die Beine flach halten, wenn es um schlechte Adoptionen geht, weil da hat er deutlich mehr auf dem Köcher als Jason. Das hat er wirklich, ja. Ich habe den zweiten Carrie damals gesehen und war von der Brutalität entsetzt damals. Also, weil, als es dann genau wie im Original, der dann am Ende abgeht bei dieser Feier, da werden ja auch Pimmel abgeschossen und sowas, das war schon hart, das hat mich schon echt entsetzt und dann war der nur ab 16. Das fand ich schon richtig heftig damals. Aber die Brutalität war das einzige, was er zu bieten hat. Ansonsten war das echt nicht gut. Okay, ja, ich habe den auch seit etlichen Jahrzehnten nicht gesehen. Also, ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt gibt mittlerweile noch zu kaufen. Der ist ja wahrscheinlich sowas von out und unbekannt, dass es den vielleicht noch gar nicht mal mehr auf Blu-ray gibt und vielleicht auch nicht mehr auf DVD zu bekommen. Ich hatte den ehrlich gesagt bis eben verdrängt. Ja, ich auch. Also, ich hatte den nicht mehr im Kopf. Aber ich weiß, dass ich damals Spaß hatte beim Schauen. Daran erinnere ich mich noch. Ja, das sagt der, der die Freitag-Dentral-Zinterei so abwatscht. Ja, genau. Okay. Ja, aber interessantes Thema. Gut, dann würde ich sagen, wechseln wir doch einfach mal wieder zu dir. Dann darfst du jetzt mit deinem absoluten Number One glänzen. Was ist die schlimmste Horrorreihe deiner Meinung? Ich bin echt gespannt, was jetzt kommt. Ich mach's leicht. Es ist eine der bekanntesten von Footage-Reihen. Kannst gerne raten, aber... Ach, Paranormal dann. Genau. Paranormal Activity. Was soll's auch sonst sein? Okay. Interessant. Hätte ich auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber... Ja, du hast aber absolut nicht Unrecht. Das stimmt. Das ist eine schlechte Reihe, ne? Absolut. Ja, ich meine, die Geldgeber, die sind wahrscheinlich wirklich dankbar für diese Reihe, weil du hast so gut wie gar keine bekannten Darsteller, deswegen hat das wirklich fast gar nichts gekostet. Ja, das stimmt, ja. Ein Script ist auch fast nichts geflossen. Du hast da wirklich so hanebüchene Exposition-Dialoge, wo du denkst, nee, wer auch immer das durchgewunken hat. Und die meiste Zeit siehst du eben Leute beim Schlafen, die sich dann nachher diese Aufnahmen, die du eben gesehen hast, nochmal anschauen, und dann merken, oh, scheiße, da ist Dämonenbefall. Ich hab mir da wirklich so ein paar Sachen notiert. Die Reihe hat auch nicht irgendwie gewirkt wie so ein Bildschirmschoner, wo dann irgendwann was durchs Bild kommt und dann macht. da sind echt kaum Schauwerte. Ja, du hast recht, absolut. Dann diese Expositions, die da gedroppt werden, also ich hab das bei Teil 2 wirklich notiert, da reden die irgendwann drüber, hm, kann das nicht sein, dass das damals ist, weil wir als Kinder damals Seancen gemacht haben und damit vielleicht Dämonen hochbeschworen haben. Und dann denkst du, okay, wer hat dir dieses Skript in die Hand gegeben? Als Kind damals, das ist der Grund jetzt, ja. Ja, genau. Ich weiß, dass ich den ersten Teil damals, also ich hab den nicht gesehen, ich erinnere mich nur an einen Trailer auf YouTube damals, wo du das Kinopublikum gesehen hast, so mit Nachtsicht gefilmt, wie die alle in absoluter Panik waren, die Zuschauer. Und ich hab mir natürlich auch gedacht, mein Gott, was gucken die da? Ich will auch. Und dann hab ich dann irgendwann gehört, Paranormal Activity, gut. Ich hab den aber nicht im Kino gesehen, es hat dann wohl gedauert, bis ich ihn geschaut hab und ich dachte mir letzten Endes, mein Gott, was ist das für ein langweiliger Scheiß? Der erste Teil, ne? Also das war ja so nichtsagend, aussagelos, lahmarschig, langweilig. Ich konnte es einfach nicht verstehen. Man ist da wirklich auf diesen Blair Witch Zug aufgesprungen. Ja. Ich dachte, okay, das war billig produziert, das können wir doch auch. Ja. Und dann hat man das so gedreht. Dazu sind die Charaktere in der Reihe meistens so dermaßen großkotzige Unsympathen, dass du noch nicht mal damit fieberst. Oh, werden die das vielleicht überleben? Ja, genau. Nee, der Typ in Teil 1, der ist ja so dermaßen toxisch. Wieso findest du den so toxisch? Ist er nicht eigentlich der liebe Freund von ihr? Ja, aber er merkt, dass da Dämonenbefall ist und anstatt, dass sie das Weite suchen, fängt er dann an der Mehl im Horst zu streuen und sagt, ach komm, ich hab 150.000 Dollar oder Euro in diese Kamera investiert, lass uns so ein paar paranormale Aktivitäten festhalten und dann holen die sich noch einen Exorzisten, der reinkommt und sagt, sorry, das sind Dämonen, ich kann nur Geister austreiben und der kommt zweimal in den Film und hält den selben Vortrag. Moment mal, treibt ein Exorzist nicht Dämonen aus? Ja, aber da sind wir schon wieder bei diesen komischen harnbüchenen Dialogen. Aha, also das ist das, das sagt er so, ja? Ja, er sagt, er treibt nur Geister aus, keine Dämonen, Dämonen sind ihm zu krass. Okay. Ich bin jetzt für krass, das ist seine Wortwahl. Nein, das ist nicht seine Wortwahl. Ich hab das jetzt nur sinngemäß. Ja, ich weiß. Also, ich hab den ersten damals gesehen, fand ihn furchtbar. Ich muss aber zugeben, dass ich den zweiten damals gesehen habe und der hat mich unterhalten. Da gibt's auch seine, der hat auch seine einen oder anderen Schockmomente, die ich gut fand. Der zweite war viel besser als der erste. Der dritte, der war schon, der dritte war ja glaube ich der, wo die Kamera auf dem Ventilator steht, wo immer dann so nach links und rechts schwenkt die Kamera. Der hatte ja seine wirklich guten Schockmomente mit der Küche, die auf einmal leer ist und plötzlich die Möbel von der Decke fallen und so, oder? Das fand ich schon okay. Es war okay, aber das ist schon wieder so eine Sache. Sobald das zu einem generischen Jumpscare gewichst, so wurde, war es auf einmal okay. Für mich ist das wirklich so der Urvater vom schlechten Jumpscare. Wir können hier jetzt so eine kurze, ruhige Phase annehmen und dann mache ich das ist genau die Art Jumpscare, die hier teilweise aufgefahren wird. Ja, hast du schön vorgemacht, ja. Ich bin nach wie vor noch genervt, auch wenn das von Teil zu Teil erträglicher wurde und mehr und mehr den Jumpscare-Gewitter der letzten Jahre sich angepasst hat. Aber trotzdem, ich finde es faul, da irgendwo eine Kamera zu installieren und drauf zu halten und dann einfach irgendwas durchs Bild springen zu sehen. Ja, das ist wirklich einfallslos, absolut einfallslos und langweilig. Man muss der Reihe lassen, dass sie einige spannende Momente erzeugt hat. Ja, also ich hatte jetzt gerade vor Augen diese eine Szene, wo, ich bin mir nicht sicher, in welchem Teil das ist, wo die mit der Kamera durchs Haus geht und irgendjemanden sucht und filmt dann eine Treppe nach oben und oben ist dann so, dass dann, es aber oben dunkel ist und du siehst da jemanden stehen, eine Frau und dann erkennst du aber, dass die da gar nicht steht, sondern schwebt und dann schwebt die, glaube ich, die Treppe runter auf sie zu. Bin ich mir, oder fällt dann auf sie zu. Ich bin mir da nicht ganz sicher mehr, wie das war. Aber das fand ich ein sehr spannendes Bild, das war richtig gruselig und was ich gerade erwähnt habe, ne, mit der Küche, die plötzlich leer ist und so, das war auch spannend gemacht. Er hatte seine Gruselmomente. Der vierte Teil, weiß ich noch, der war mega langweilig, das war mit diesem Mädchen. Das war, dieses Mädchen, das ist mittlerweile eine der bekanntesten Darstellerinnen der Reihe. Das ist Catherine Newton, die kennst du vielleicht aus Freaky. Das war dieser Körpertauschfilm, wo Vince Vaughn einen Psychokiller gespielt hat, beziehungsweise einen Killer. Ja, weiß ich, was du meinst. Sie war das Mädel, mit der er den Körper getauscht hat. Oder aktuell ist es auch Antmans Tochter. Ach ja. Die ist wirklich noch die bekannteste aus der Reihe. Also der vierte war sehr lahm. Da weiß ich noch, dass ich mich doch fragte, Mensch, wie kann der jetzt so langweilig sein? Und ich hab auch ab da nicht mehr geguckt. Ich erinnere mich noch immer wieder an meinen Bruder, der sich da so richtig aufregt drüber, wenn dann da in diesem einen Teil diese Latino-Leute dabei sind, die doch dann alle so Das ist Teil fünf. Ist das der fünfte, wo sie alle dann ihre Waffen laden und so diese ganzen Verbrecherbande, wo mein Bruder so sagt, und die lassen sich da filmen? Die lassen sich dabei filmen? Wenn die da, was für eine Scheiße. Ich mein, klar, das ist ja ein Film, aber wenn das einem dargestellt werden soll, dass das eben Found-Footage ist, dann würden die sich nicht filmen lassen bei sowas, weißt du? Und da hat mein Bruder sich tierisch aufgeregt drüber, über so eine Scheiße. Weißt du, das soll eine normale Familie sein. Das ist schon klar, sobald eine Kamera auf dich hält, dann benimmst du dich anders, aber die tun so, als wären sie im fucking Big Brother Container. Ja, genau. Guck mal, was für ein schönes Leben ich habe, dann versuchen sie immer wieder super da zu sein oder sonst wie. Jetzt gab es doch diesen letzten Next of Kin, heißt er doch. Den habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Es gab auch einen Ableger, ich glaube, in Tokio. Ja, stimmt. Was Japanisches, richtig. Das habe ich aber auch natürlich nicht gesehen. Nee, und was beim vierten eben so eine verteilen Chance ist, dieser Geist aus Teil 3, dieser Tobi, oder, ach ja, sorry, ein Dämon, Tobi, den kannst du jetzt mittlerweile quasi über die Kinect sehen. Also die hatten eine Nintendo Kinect oder so eine Konsole. Ja. Die konnte quasi Infrarot festhalten. Ich dachte, ey, geil, damit haben sie endlich mal einen Kniff. Und was machen sie damit? Nix. Ja. Du, ich erinnere mich gut daran, was du sagst. Dann hast du doch diesen Jungen gesehen mit diesen ganzen Punkten, die doch da überall dieses Gerät ausgestrahlt hat. Und das sollte dann spannend sein und dann gruselig und das war so lahmarschig. Also wirklich, wenn man so, ich kenne ja jetzt nicht alle Teile, aber wenn man so die spannendsten Momente zusammenschneiden würde, dann hast du aus diesen fünf, sechs Filmen, ich glaube, keine zehn Minuten, oder? Ja. Und was ich Teil fünf auch noch dann negativ angreifen muss, der ist so ein bisschen auf den Chronicle Superhelden-Boom gesprungen. Also da hat auf einmal jemand entdeckt, oh, cool, ich habe Superhelden-Fähigkeiten. Ja. Und dann hat natürlich sein Kumpel auch noch Superhelden-Fähigkeiten und der ist dann zu einem sadistischen Wichser geworden. Also der hat dann angefangen, den Wund von dem Jungen zu quälen und so. Also die haben da kein Klischee ausgelassen, dass du bei sowas auffahren willst, wenn nicht ein Junge da Superhelden-Fähigkeiten entwickeln würde. Ja. Und dann noch diese Latina-Gänge, also das haben die wirklich in Presse-Texten formuliert. Ja, der fünfte, das ist der Teil mit den Latinas. Ja. So als Alleinstellungsmerkmal. Weißt du, da ging die Diversität schon wirklich in die falsche Richtung. Wenn die da wirklich dann dastehen, kurz vor einer Schießerei und sich filmen lassen. Ja, genau. Halt ruhig die Kamera drauf, ist kein Problem. Ist kein Problem. Schick ich einen Anwalt, dann stehe ich vielleicht halb gut da. Weißt du was, ich muss ehrlich sagen, du hast mir jetzt ein bisschen Lust auf die Reihe gemacht. Ich frage mich nicht, warum, aber irgendwie muss ich die mal wieder schauen, glaube ich. Zumindest so ab dem zweiten Teil muss ich, glaube ich, mal wieder reingucken. Und ich glaube, dass dieser Next of Kin, der hat gar nicht so schlechte Kritiken bekommen. Also er ist auch schlecht bewertet worden, das definitiv, aber es gab aber auch gute Stimmen. Also viele sagten auch, der bringt mal ein bisschen was Neues rein. Ja, das ist nur ein halber Font-Footage-Film, weil der auch das so ein bisschen variiert. Das habe ich auch gehört. Ja. Für mich ist das wirklich so die schlechteste Reihe, weil die Kamera in diesen zwei, drei Positionen da hinhängst und dann siehst du minutenlangen Leuten beim Schlafen zu. Ja. Und dann siehst du denen zu, wie die sich die Aufnahmen von sich ansehen, wie sie schlafen und wie dann irgendwas da durch Schlafzimmer rumpelt oder bei der Küche irgendwelche Teller umwirft oder irgendwelche Stühle verstellt. Mhm. Richtig lahm. Als ich den Trailer gesehen habe zu Next of Kin vor einigen Monaten, wo der ja neu war, da habe ich im ersten Moment gedacht gehabt, oh, 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 was wird das sein? Aber wusste, wenige Sekunden später, das ist genau so ein gleicher Trailer wie jeder andere auch zu einem Horrorfilm, weißt du, die so gleich aufgebaut sind seit Jahrzehnten mittlerweile. Trailer fangen langsam an, werden ein bisschen schneller, dann haben sie so einen Höhepunkt, viele zusammengeschnittene Szenen, dann ein Ende, dann nochmal ein Schockeffekt, dann, weißt du, immer gleich aufgebaut. Und da habe ich auch gedacht, das langweilt mich. Ich kann diese Trailer gar nicht mehr sehen. Die sind halt immer so langweilig. Wenn du im Kino hockst und guckst dir Trailer zu fünf Horrorfilmen an, dann ist jeder scheiß Trailer gleich aufgebaut. Immer, erst so heile Welt, dann auf einmal scary, ne, dann viele, eine krasse Schnittabfolge, Titel, noch ein Schockeffekt und dann Datum, wann er kommt, ne? So in der Mitte des Trailers, oh, da brodelt das was, dann ist so dieser Umschwung. Ja, genau. Letztlich wird die Musik gruselig, ne? Ja. So, oh ja, es ist so schön, dass ich dich getroffen habe, weil es wirklich am Anfang so ein glückliches Pärchen, die meistens auch noch umziehen. Ja. Schon wieder das. Und dann merken, oh scheiße, irgendwas stimmt in der Bude nicht oder, oh scheiße, den Typ, den ich da geheiratet habe oder die Frau, die ich da geheiratet habe und zwei Tage kenne. Scheiße, das ist eine Psychopathin. Ja, genau. Genau so ist es. Oder ein Zombie oder was auch immer. Ähm, richtig verarscht haben sie mich damals, da habe ich es echt nicht kommen sehen. Das war, da war ich im Kino, aber kein Fahm, nicht was ich da geguckt habe. Jedenfalls fing da dieser Trailer an und der war so richtig auf heile Welt. Also wirklich ganz, ganz toll gesättigtes Bilder, weißt du, dann dieser, dieser wunderschöne Vorort und dieser, also dieser Wohnort in die Straßen und dann ist auf einmal Mila Jovovich dabei und ich denke so, ach guck an, ja, die dreht auch mal was anderes als Resident Evil so um den Dreh und dann habe ich echt gedacht, das ist so Family Film jetzt, ne, so irgendwas, eine Komödie, Liebesfilm, was auch immer und dann auf einmal plötzlich macht das dann Rums, wie du gerade schon gesagt hast, plötzlich Umschwung und dann schossen plötzlich die Zombies ins Haus. Also war es natürlich ein Resident Evil Teil, ja. Aber den Trailer haben sie vorher so verkauft, als wäre es keiner und ich weiß nicht welcher, aber es, ich schätze mal, es war vielleicht der Vierte oder der Fünfte, aber das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Bei Resident Evil, da hat sich jeder Teil widersprochen. Ja. Ich war auch, die Reihe war ehrlich gesagt auch auf meiner Liste, ich hätte darüber abgelästert, aber auch da, die Reihe, die ist ab Teil 2 für mich einfach nur ein Actionfeuerwerk geworden, das ich gar nicht sagen kann, dass das Horror ist. Nee, also ich bin da auf Resident Evil gar nicht gekommen, ich hätte es vielleicht auch auf meine Liste hier gepackt, weil ich überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, weil diese Reihe einfach eine Blamage ist. Auch der erste Teil schon ist für mich schund, weil man hat damals einen richtig guten, spannenden, tollen Resident Evil Film erwartet, der auf das erste Spiel damals basiert, den haben sie uns ja jetzt erst gegeben vor einem Jahr, der ja wirklich auf das Spiel basiert. Der war auch echt nicht gut. Ja, habe ich gehört, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber soll auch schlecht sein. Da hast du dann wirklich einen Zombie, der quasi wie auf einem Laufsteg zu, ich weiß nicht, wie das Lied hieß, rumläuft. Nee, ich fand den echt nicht gut. Also ich werde ihn mir noch mal geben, weil ich einfach mal wissen möchte, ob der wirklich so schlecht ist, aber er wurde ja unfassbar zerrissen. Aber Leon soll doch da so ein Blödmann sein, der soll doch so ein Idiot sein in dem Film, was er ja wirklich nicht ist in den Spielen. Nein, also die haben für mich auch das Thema verfehlt. Da sind wir auch schon wieder bei der übertriebenen Exposition und ach, wie heißt der, der Chris Redfield, der ist ein absoluter Vollhunk in dem Film, also der kriegt es noch nicht mal geschissener, großartigen Waffe zu feuern. Dann wird erklärt, wie er seine Waffe zu laden hat. Und du denkst, wie hast du es dann in dieses Polizeipräsidium geschafft? Der verpennt eine Explosion, die fast neben ihm stattfindet. Ja, warum machen die denn das? Wieso lassen sie diese Figur, die, wann ist der erste Teil rausgekommen? In den 90ern, 6,97? Und dann wird diese Figur so beschissen dargestellt in einem Film, der 2021 gedreht wird? Also was reitet die denn? Die müssen doch davon ausgehen, dass das zerrissen wird. Teil 1 muss ich immer noch zugute halten, dass er einen teilweise recht atmosphärischen Score von Marilyn Manson hatte. Ja, okay. Also ich weiß, dass ich den ersten damals gesehen habe, irgendwann auf DVD, glaube ich. Ich habe den nicht im Kino geschaut und natürlich hat man den damals geguckt und der war irgendwie cool. Aber jetzt als Erwachsener, auch schon vor vielen Jahren, ist mir klar gewesen, dass diese Reihe mit Jovovic in eine absolut beschissene, falsche Scheißrichtung gegangen ist. Das hat nichts mit den Spielen zu tun und die sollten auch nicht den Titel tragen, Resident Evil, weil das einfach diese Reihe, diese geniale Computerspiele einfach kaputt macht. Das ist halt einfach, das ist genau wie dieser furchtbare Film von Uwe Boll, Alone in the Dark. Der darf auch nicht diesen Titel tragen. Ich habe es gegoogelt. Das ist von 2002. Wahnsinn, ja. Das hätte ich gar nicht gedacht. Aber gut. Und was ich dieser Paranormal-Activity-Reihe noch zugute halten muss, die haben es immer wieder geschafft, ähnlich wie bei Marvel mittlerweile oder bei diversen Filmreihen, den nächsten Teil irgendwie anzuteasern. Ja. Also es gab da inhaltliche Überschneidungen. Aber wenn dir die Inhaltsbeschreibung durchliest, das klingt interessanter und raffinierter als das, was du dann quasi im Film zu sehen kriegst. Weil dann kriegst du dann irgendwelche Exposition-Bomben da gegriffen. Was? Du heißt nicht White. Ach, du bist, du heißt Tanta. Ach, das ist der Sohn da aus Teil 2, der damals entführt wurde und spurlos verschwunden ist. Also wie die das so ganz nebenbei und beiläufig aufklären. Ach, nee. Also deswegen ist diese Reihe für mich einfach auf Platz 1, weil das für mich gefühlt der Urvater des schlechten Jumpscares ist. Und weil da so viele unsympathische Charaktere angesammelt werden, dass es dir meistens wirklich egal ist, ob die sterben. Ich hab ja auch noch meinen ersten Platz. Du wirst wahrscheinlich auch überrascht sein. Also eigentlich hätte ich tatsächlich als ersten Platz jetzt hier die Resident Evil-Reihe nennen müssen. Wenn sie mir in den Sinn gekommen wäre, als ich drüber nachgedacht habe, hätte ich das getan. Jetzt hab ich einen anderen ersten Platz, und den habe ich aber nicht, weil ich diese Reihe furchtbar scheißdreck finde, sondern weil sie mir einfach nie interessant war. Sie ist nie an mich herangegangen. Ich fand's halt schlichtweg langweilig, lahmarschig und hab's auch nie geguckt. Wir werden's auch niemals tun. Und zwar ist das die Candyman-Reihe. Zugegeben, ich hab nur den ersten und den letzten Teil geschaut. Die machen auf ihre Art irgendwie Spaß. Also ich will damit ja jetzt nicht sagen, dass die Reihe scheiße ist. Das will ich ja nicht sagen. Ich will damit halt eher sagen, dass das eine Reihe ist, mit der ich halt einfach nichts anfangen konnte. Niemals. Weil das eine Reihe ist, die nie an mich herangegangen ist. Weißt du, ich hab damals in meiner Kindheit, hab ich natürlich irgendwann zum ersten Mal Freddy geschaut. Natürlich hab ich Hellraiser immer gehört, aber ja auch erst vor wenigen Monaten zum ersten Mal den ersten gesehen. Und ja, Halloween logischerweise bin ich mit aufgewachsen. Also es gibt sehr viele Reihen, die, auch wenn ich nie jeden, also nicht immer jeden Teil gesehen hab, sind die mir einfach geläufig. Aber Candyman hab ich noch niemals gesehen, nie irgendwas mit zu tun gehabt. Und mein Bruder, weiß ich, der hat das geschaut. Und ich weiß natürlich auch, welcher Darsteller der mitspielt. Ich weiß allerdings nicht, wie er heißt, aber ist mir natürlich auch klar. Und die Trott? Ja, genau, der ist es, ja. Aber ich habe mit Candyman nie irgendwas zu tun gehabt. Das ist also einfach eine Reihe, die mich echt nicht reizt, die mich einfach nicht interessiert. Nee, ich kann ja eben sagen, Tony Todd, das war auch der Bestatter aus den Final Destination Filmen. Ja, richtig, genau. Und er hat so eine geniale Stimme im O-Ton, die das Ganze umso creepiger wirken lässt. Der erste und der letzte Teil, die haben wirklich sehr, sehr viel auch mit Rassismus zu tun, mit Problemvierteln darin. Also das hat da wirklich so diese Meta-Ebene, die du von einem Film erwartest, bei dem Jordan Peele dabei ist, oder seine Finger zumindest im Spiel hat. Also in Teil 1, da siehst du wirklich in einem extrem runtergekommenen Slum, beziehungsweise Haus siehst du, eine Frau mit einem kleinen Baby. Und der Candyman geht hin und sagt, ja, wir werden uns wiedersehen. Der letzte Teil, ich weiß jetzt nicht der wievielte, der vierte, fünfte, da geht es eben darum, dass dieses Baby mittlerweile erwachsen ist. Und Jaha Abdul-Martin II, mittlerweile auch ein sehr, sehr bekannter Darsteller, der hat im letzten Matrix-Film den neuen Morpheus gespielt. Ach ja, mhm, habe ich vor Augen. Er ist das Baby aus Teil 1 gewesen. Und er tritt dann so ein bisschen in die Fußstapfen von diesem Candyman. Also das ist so ein bisschen so Bodyhorror. Also er fängt an, sich zu diesem Candyman zu entwickeln. Die Legende ist längst verblasst. Aber irgendwie scheint dieses Problemviertel dann doch so jemanden wie den Candyman zu brauchen, um sich ein bisschen besser behaupten zu können. Das ist eine nette Kunstkritik. Das ist ein netter Körperhorror. Es ist bei weitem nicht perfekt. Also das ist so ein bisschen problematisch, was die da auffahren. Ja. Also da ist auch Kunstkritik. Ich fand es so im Gesamtpaket, ich würde mir eher einen Candyman, den neuen von 2021 anschauen, als den generischen Jumpscare-Film von 2022, von 2023. Also irgendwo hat der für mich noch so ein paar Spins gehabt. Ähnlich wie der erste Teil, der auch extrem runtergeranzt die Problemviertel gezeigt hat und da auch so eine gewisse Relevanz dabei gehabt hat. Also in Teil 1, da gibt es so eine Stelle, da siehst du einen der versifftesten Filmtoiletten überhaupt. Da würdest du noch nicht mal am Stehen kacken wollen. Tatsächlich, ich habe jetzt ja schon viele solche Toiletten gesehen im Film in den letzten Monaten. Ja, aber da war die Kacke an die Wände geschmiert und alles. Hast du mal Desperado gesehen? Ja, natürlich. Ja, genau, du weißt, was ich meine. Oder den ersten Terrifier auch. Ja, natürlich. Also mittlerweile kann ich da schon einige vollgekackte Klos nennen. Oder die Klo-Tauch-Szene bei Trainspotting. Oh ja, genau. Auch lecker. Aber ich finde, er hat irgendwie noch so eine diverse Relevanz. Und so eine gewisse Gesellschaftskritik, die vielen Filmen aktuell einfach fehlt. Ich sah zum Beispiel, hätte Paranormal Activity jetzt nicht die Gangschießerei, sondern da noch ein bisschen so dieses Latino-Thema noch irgendwie inszenatorisch eingearbeitet, dann würde ich die vielleicht auch besser finden. Aber der verarbeitet dieses Thema dann schon einigermaßen gekonnt im Thema. Und Tony Todd ist eben legendär als Candyman. Der Candyman, ja. Wie fändest du denn das, die neue Auflage? Hat dir die denn gefallen oder war die unnötig? Der war mit Abstrichen. Gut, also es war jetzt nicht der beste Film, aber für eine FSK 16 hat der da ein bisschen was an das Blätter rausgeholt. Tatsache? Okay. War das schon hart, ja? Er war schon hart, ja. Aber es ist Tony Todd selbst, der ihn widerspielt, ne? Es ist Tony Todd selber, aber es findet eine gewisse Transformation statt. Also es ist auch so eine Art Staffelübergabe oder wie man es mittlerweile sagen würde, Requel. Also du hast jetzt da eine neue Generation. Also meinst du, dass das ein Fehler ist, Candyman auf dieser Liste auf Platz 1 zu haben? Ich glaube Teil 2 und 3. Die habe ich leider nicht gesehen. Die sollten in diese Art Trash gehen, die du nicht magst. Ja. Aber Teil 1 ist einigermaßen kompetent und gesellschaftsrelevant umgesetzt und das Reboot da von 2021 kann man sich auch durchaus anschauen. Okay, okay. Auch wenn er dramaturgisch so ein paar Sachen verkackt, muss man auch dazu sagen. Ja, ja, okay. Ja gut, wie gesagt, ich will ja tatsächlich nicht unbedingt sagen, dass das vielleicht die schlechteste Reihe ist, sondern halt eine, die niemals an mich gegangen ist, weil ich halt einfach schlichtweg kein Interesse dran hatte. Ja. Ja, ich habe die letztes Jahr nachgeholt, deswegen, an mir ist es auch eine Zeit lang vorbeigegangen, obwohl eine Zeit lang bei uns in der Schule da wirklich dieses Candyman-Poster hing und ich dachte, okay, was ist denn das für ein Mist? Ja, okay. Also, das von Candyman 3 sogar mit den Bienenwaben oder mit den Bienen ums Auge. Also, der Typ könnte mich auch instant killen und Tony Todd hatte da wirklich einen Vertrag, dass er da für jeden Bienenstich einiges an 1000 Euro kriegt, also der hat sich dann über den Gehaltscheck gefreut. Das glaube ich aufs Wort, ja. Wenn man da so ein paar Piekser, die sind nach ein paar Sekunden schon wieder weg. Ich bin gegen Bina Lab geschickt. Ich hätte das wahrscheinlich nicht überlebt, aber ansonsten nicht. das ist natürlich was anderes, ja. Okay, ja, dann haben wir da unsere, jeweils unsere Platz 3 durchgemacht, also unsere Top 3, der Reihen, die uns am wenigsten reizt. Hast du wirklich jetzt einige Reihen genannt, die ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte? Also, auf Paranormal wäre ich gar nicht gekommen. Also, man war auf jeden Fall, hast du schon echt recht. Also, ich konnte dir mit einigen Sachen echt zustimmen. Ja, wir hätten Resident Evil reinpacken sollen. Das stimmt, wir sind beide nicht auf diese Reihe gekommen. Weißt du, ich hab vorhin nochmal überlegt, ob ich nochmal irgendwie umdenken soll, hätte ich Resident Evil irgendwie auf dem Schirm gehabt, obwohl ich natürlich die Spiele immer auf dem Schirm hab, irgendwie, hätte ich das vorne reingemacht. Ja, aber ich hab überlegt, welche Reihe hat entweder bei mir sowas wie so einen gewissen Ekel ausgelöst oder gar nichts ausgelöst. So war mein Kriterium dabei. Ja, stimmt, hast schon recht, ja. Ja, da musst du tatsächlich ein bisschen mehr überlegen und sich Gedanken machen drüber. Okay, du, dann haben wir doch das erledigt. Dann möchte ich mich bedanken für deine Zeit wieder und für deine interessanten Beiträge hier in der Folge. Kontrovers könnte man sagen. Ja, das stimmt. Dann hören wir uns das nächste Mal wahrscheinlich wieder bei der Filmbesprechung, wenn du magst. Also, danke für die Einladung. Ja, gerne, gerne. ich danke dir, dass du wieder dabei warst, auch so kurzfristig. Das war ja jetzt nicht so viel Zeit davor, dass das funktioniert hat. Und dann bis zum nächsten Mal, ja? Jederzeit wieder. Und danke an alle, die Friedhof der Kuscheltiere voll so gut bewertet haben. Das stimmt, genau. Fand ich echt sehr sympathisch von euch. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen, dass das so gut angekommen ist. Dann wünsche dir noch einen schönen Abend, bis bald, ja? Bis bald. Danke dir. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's talk about Horror.